Der Pass von Ginmar Pohlmann, was macht er, das dauert zu lange und er muss noch drin sein. Und das ist ein Kapitän im Abstiegskampf. Jonas Niedfeld hält Halle im Spiel. Morgalla, gut gespielt, Deichmann mit der Ablage für Lex, 2-0. Dieser Pass von Morgalla, an drei Ingolstädtern vorbei, hebelt die komplette Abwehr aus. Und jetzt müssen wir aufpassen, Neuenberger, gewinnt er. Wahnsinn! Alexander Neuenberger macht das 2-0. Hauptmann, robust. Und das ist das 1-0! 52. Minute, Dresden durch Wien, na klar, Ahmet Aslan. Das ist jetzt mal Tempo. Vorne Martinovic. Rückraum ist blöde, er macht es selber. Und wie, und wie! Und dann schaut er, wo kann ich den Ball hinspielen. Pustekuchen, einfach Röckstatter rein ins Tor. Boah! Arslan. Oh, abgefälscht! Riesen-Rettungstat von Philipp Kühn. Meine Güte, wie hat er denn den noch rausgekratzt? Boah, war der schwer. Und es wird weiter gearbeitet, so muss man es nennen. Da ist die Chance, und da ist das 2-0. Berlinski! Berlinski schlenzt ihn rein. 2-0 RB! Marseila! Mit dem 2-1-Spiel gedreht! Erster Saisontreffer des Luka Marseila. Und das ist absolut verdient. Wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Danach, dass zwar er 3-1 gemacht hat, aber dann machen wir es doch eben so! Die 33. Spiel-Minute hat angefangen, und Arthur Lüsker darf ein zweites Mal hinter sich reifen. Jansen nimmt den direkt, und das sind 20, 22 Meter, und den Tripp dann perfekt! Brooklyn Essay kommt jetzt den Ball. Geht ins 1 gegen 1. Essay! 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 Was für ein Tor! Brooklyn Essay in der 89. Spiel-Minute mit dem geilsten Tor des Spieltages! Da leg ich mich einfach mal fest! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!